Hallo liebe Stiere, herzlich willkommen zu eurer Kurzvorschau. Und zwar, wir haben allgemein für alle Menschen quasi so eine Grundenergie, eine sehr feurige Energie, Ritter der Stäbe. Das heißt, der Monat Februar sollte viel aktiver sein und viel mehr nach vorne gehen und lebensfreudiger sein, auch von den Aktivitäten, als jetzt der Januar. Ja, und bei euch in eurem Leben, ja, euch geht es eigentlich emotional am Anfang ganz gut vom Monat, am Ende seid ihr etwas verschnupft. Ansonsten, auf der Arbeit ist es irgendwie unheimlich nett und schön und wahrscheinlich habt ihr da gute Kundenkontakte oder wirklich ein gutes Arbeitsklima, gut mit Kollegen oder mit dem Chef, also wirklich eine sehr, sehr freundliche Atmosphäre. Ja, in der Liebe lernt ihr, wenn ihr das möchtet, am Ende des Monats habt ihr gute Chancen, um einfach jemanden kennenzulernen oder euch werden Komplimente gemacht. Auf alle Fälle, ja, das wäre so allgemein gesprochen. Und wenn ihr möchtet, dann schaut euch doch mal das längere Video an, da sind nochmal viel, viel mehr Details und es würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mein Video liked, den Kanal abonniert und das Ganze teilt. Und wir sehen uns, bis dann, tschüss. immer möchtet ihr wollt. Weil es auch noch commentaryammed aus, wie ihr möchtet ihr Winter. 更意et,